Musik 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 Ich war halt die Waffen einfach und pack die einfach in irgendein Auto oder so keine Ahnung wenn nix aufkommt Was soll ich denn machen? Musik 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 Du hast mittlerweile echt schon viel gerübst. Das kennt mittlerweile glaube ich jeder. Wir dürfen mir nix mit Blumen geben! Du hast sogar mit nem Kollegen nen Rübstwettbewerb gemacht. Gefühlt. Also das stimmt so nicht, wir haben uns angebrumftet. Ja, angebrumft. Angebrumft. Ja. Das war echt. Das war echt. Ja. Das war echt. Ja. Das war echt. Ja. Die Situationen sind immer unterschiedlich. Ja. Benziner haben wir gesagt, ne? Benziner, ja richtig. Herr Schimanski! Ja bitte! Was ist das denn für ein Kraftstoff? Blumenöl! Perfekt! Und dann einmal Verbandsgastnobel. Können sie mir auch vertrauen, sie sehen ja, ich hab ja auch ein angemeldetes Fahrzeug. Ja, also schon. Genau. Ich vertraue auf ihnen in dem Fall, ne? Ja, machen sie das wohl. Super. Okay, perfekt! Perfekt! Dankeschön! Schönen Abend noch! Gleichfalls! Schönen Abend! Ich lass sie raus! Nein! Nein! Das hast du nicht gemacht! Das hast du nicht gemacht! Immer noch Richtung Osten! Nach Osten! Dann! It was at this moment that he knew! He fucked up! Oh! 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 Inязantisch! KochlobreUE! In real! Ja, ne mach doch mal, jetzt mach na man annat und wenn nicht werde ich irgendwie gefeiert. Ich hab meinen Kerl nicht gehört, was soll die Scheiße. Was ist denn da los? Springen? Einmal springen. Ach, passen Sie auf, dass nicht Leute anspringen. Das war ja ein super Sprung. Definitiv kein B-Mix. Das tut mir leid. Wo ist der Kollege eigentlich hin? Der steht dahin. Ich glaub auch nicht. We talk slow. Geht's Ihnen gut? Mal gucken, wie wir uns neu aufteilen. Das weist die Leitstelle zu. Das weist die Leitstelle zu. Und wenn die Leitstelle keine Ahnung hat, holen wir uns eins und geben das dann durch. Alles klar. So machen wir das. Wer fährt irgendwie vor Buffalo? Mähden Sie uns das bei uns. Was machen Sie denn da organisatorisches? Fahrzeug ist egal. Okay. Okay. Ja, Blöckchen. 30 für 38. Ach, da drüben steckst du. Okay. Ja, dann brauchen Sie was, ja? Wollt mal wissen, wo du steckst. Liegt doch mal auf. 2, 3, 4, 5 Minuten. Ja, dann... Man, ich kann nicht mehr reden. Interpretieren. Interpretieren. Ja, genau. Ähm. Roman als langer Satz. Als langer Satz tatsächlich. Also, wenn ich einen langen Satz sage, hab ich einen Roman geschrieben. Richtig. Also, ich inter... Interpretiere, ja. Ja. Roman als langer Satz. Aber wer... Ja, dann geben wir gleich mal, ne? Über die Wolken, ei, 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 muss die Freiheit vorgrenzenlos sein. Alle Ärger, alle Sorgen, sagt man. Die war darunter verborgen. Und dann... Würde eine Art und Groß uns wichtig erscheinen. Und plötzlich wichtig und klein. Über... Unterstrafe, komm. Oh. Ja, helfen Sie mir bitte auf. Achso, warte, der hat dann muss ich kurz ne... Hele... Komm, helfen Sie mir bitte auf. Ja, scheiße. Das ist unfair. Scheiße. Dann nehmen Sie halt mal wieder ab, die Dame. Das ist nicht lustig. Nööööööö. Nein! Scheiße! Falsch! Nein, komm! Dann komm wieder zurück! Ey! Fühlig. Fühlig. Erstmal Kopfflucht nehmen, gar kein Problem. Das wollte ich nicht. Lachsnacken. Nein, für doch die Pfutze! Ihr habt den Flossennang, was bin ich los? Wer hat die Flossennang, wow! Kodi, das darf nicht wahr sein mit dir. Das geht die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, was der für einen Schaden hat. Ne, mach da mal weg. Komm mal was mal aus. Mach da mal weg. Entschuldigung, die meine Ausdrucksweise, sie können mich mal. Ich wollte gerade in Minus 3 gehen. Das heißt, wir schlägt mich am Arsch. Ich wollte nicht gerade in Minus 3 gehen. Ficken sie sich ins Knie. Äh, ne, will ich nicht, muss ich nicht. Wie geht's? Heuja! Huija! Keine Götter, heuja! Was mit bzz? Nein, abzz. Abzz. Was mit bzz? Nix bzz. Abzz. 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 Also wenn ich richtig Abzz sagen wollte, dann muss das richtig aus dem Mund, aus dem Bauch kommen. Heißt das nicht Abzz. 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 So wird das, oder nicht Abzz. 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 Nein, das heißt aber Abzz. Ja, aber das wird so ausgeschrieben. Abzz. Nein. Nein. Nein, das wird schon richtig. Digga, erklär mir nicht meinen eigenen Insider, weil das ist falsch wie viel. Aber irgendwie ist heute trübes Wetter, habe ich das Gefühl, ne? Regen sie aus hier. Heute ist richtig trübes Wetter. Abzz. Ja, ich weiß. Mit euch regnen. Uch. Sag mal, wieso? Hallo? Ja, du musst als Beifahrer einsteigen. Ja, ja. Bei dem G-förmigen muss... Was? Bei dem G-förmigen Griff, Minion. Was für ein G-förmiger Griff? Der G-förmige Griff da an der Beifahrertür. Und der ist G-förmig?